hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin natürlich auf die hand ticket und heute habe ich das spiel ich will jetzt mal starten ich habe es mir schon herunter getan ich meine ich hätte schon mal gespielt das kommt mir ziemlich bekannt vor jetzt habe ich auch geld von andere leute hier na egal also ich muss mal nach links und rechts hoch und runter ich habe Da bin ich wieder, wenn man dies beherbe. Ich habe mich gerade noch tausend noch was gehabt. Hey, wo ist mein Gold denn? Komisch, komisch. Und dann soll ich davon noch Geld ausgehen? Na ja, soll er für mich Geld ausgeben. Ach, aber die bietet an, dass man da Geld ausgeben kann. Das ist nach jeder Runde eine Werbung. Okay. Ach, 71. Das schaut gut aus. Nochmal. Okay, und wieder da. Wirklich nachher auf dem Ende werden. Okay. Ah, das ist es. Na, das ist schon viel besser. Lass noch mal, noch mal. Ich möchte nur meins werden. Das gibt es doch nicht. Okay. Da spielt jetzt ein richtiges Flickenteppich. Flickenteppich. Okay. Was ist das? Boah. Das ist ja heftig. Mal drücken. Oh ne, diesmal nicht. Ich bin weitergekommen. Was soll ich denn da machen? Was soll ich da machen? 28. Ah. Okay. Normal drücken. Okay. Und weiter geht's. Okay. 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 So. Okay. 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 Oi, 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 oi. Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Oh, noch eine Wunde Jetzt muss sie Nummer 1 werden Aber ich bin trotzdem Nummer 1 Nice Okay, noch mal drücken Uiuiui, ich bin aus Versehen rausgegangen War sowieso ein bisschen viel Werbung Aber hat Spaß gemacht Okay, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid Bis dahin habe ich euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao, ciao